So, Willkommen zurück zu The Universum. Und wir sollen... Das war der falsche, oder? Oh, je, je, ich hab Boti, warte. Ach, komm. So, Rache. Bist du jetzt damit zufrieden? Wir haben uns an ihr gerecht. Oh Gott, was sind das für dunkle Wolken hier? Ach, das ist Regen. Okay, gut. Gut, gut, gut. Wasser. 98, das ist auch in Ordnung. Können wir noch ein paar verkuppeln? Faul wollen wir nicht. Nichts, nichts. Ingenieur ist fertig geworden. Dann... Bei den Ingenieuren können wir ruhig ein paar Gebildete reinpacken. Faul. Faul. Die Kinder sind nicht so fit. Du... bekommst auf jeden Fall eine gute Frau. Wie wär's hier hinten mit... Mit dir. Ingenieure da. Leute, die im Mond sind von mir aus. Da, da, da. Nichts. Immun und nichts. Komm. Ihr passt perfekt zusammen. Immun. Wirtshaus fertig. Moment, irgendwas hat geknallt gerade. Was war das? Knabberer ist in Ordnung. Immun. Wirtshaus war fertig. Wo ist das fertig geworden? Denn... Hier. Im Wirtshaus nehmen wir erstmal normale Leute. Von mir aus... Knabberer. Friedhof. Leute, die schnell laufen können. Der Winter naht. Alles in Ordnung im Moment. Ich hoffe, meine Wasserreserven reichen. Was war das? Noch ein Wirtshaus. Komm, komm, komm. Den packen wir ins Wirtshaus. Den Einsiedler. Da hat sich jemand verletzt. Schnell Heilung. Wir kümmern uns hier um alle. Nuggets sind verletzt. So, noch jemand schwer verletzt. Steinhütte ist fertig. Da... 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 Verletzungen... Sehen jetzt erstmal wieder gut aus. Wasser... Wird nicht ganz reichen für den Winter. Da... Da... Bretter und Steine. Da sind wir grad an der Forschung dran. Gasgrube. Steinfrüche. Und Holzernte danach. Bretter und Steine. Und ich glaube, wir füttern... Ähm... Ich sollte vielleicht den Winter jetzt doch mal ein bisschen schneller überspringen. Das wird zu knapp. Ab in den Frühling mit euch. So. Oh Gott. Wie liegt denn der Baum da? Oh Gott. Ich hab... Jemanden erschlagen. Mit nem Baum. Oh Gott. Gut. Wir werden jetzt erstmal... Die Brunnen gleich verbessern. Wie sieht's eigentlich aus? Nächste Wahl ist noch nicht. Steinraffinerie arbeitet fleißig. Oh, hier oben... Ist ein Arbeitsplatz frei. Komm... Fleißig... Auf dem Feld. Berg... 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 Für Berg hab ich leider nichts. Dann brauchst du noch nicht arbeiten. Hier... Neutral... Von mir aus. Als Wachposten. Flaume. Flaume. Hm, hm, hm. Steinhütte ist fertig. Sehr gut. Hm, hm, hm. also produktion steigt an kann ich die verbessern ich könnte wenn ich wollte ich muss es nur erforschen bis dahin bauen wir mal noch ein paar wasserpumpen hin solange die nur stein und holz kosten so nahrung fehlt hier die haben durch der brunnen der hat wasser wir machen einmal party für alle freuen die sich kriminalität ist niedrig farm ist fertig den lassen wir hier arbeiten grasland machst du mann buch frucht lager geht langsam kaputt reparatur bretter kommen rein steine noch nicht ganz so viele da werde ich mal hier eine stein raffinerie noch machen mist passt nicht hier auf die felsen wollte ich die mine setzen dafür gut dann kommt ein bisschen abseits geologie da hat sich jemand verletzt war das jetzt der richtige farm abgeschlossen werde ich dann ach das ist gerade die im wald kann ich da heilkräuter anpflanzen kräuter krassland schade für den wald haben wir noch nichts ich suche mal himbeeren zugreifen hinbeeren perfekt was ist das mal ein buch frucht wild apfel saftige eischel brauchen wir auch noch schule moment wie lange braucht die farm noch ein paar steine da können wir mithelfen da 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 ein paar steine flutdurchfall frucht haben wir die schon ich sammel sie mal pack sie rein ab absurdo möchte handeln ok hoffentlich haben wir was zum handeln steine bretter von was haben wir denn viel von was haben wir denn viel rohnnahrung nahrung nehmen wir mal steine 25 und mit so wir machen uns auch richtig beliebt handeln zur farm gerade den letzten schliff erhalten von wen packen wir denn hier mal rein ähm pam 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 da gehst du rein grasland teufelsalat so so da können wir unsere brunnen mal verbessern alle brunnen 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 Ich hoffe, das reicht noch. Ich glaube, ein paar können noch zur Wahl gehen. 26, jawohl. Die führen schon. Da, da, da. Verbessern wir hier auch mal das eine oder andere Rad. Wird sonst zu knapp mit unserer Wasserproduktion. Höre ich ein UFO? Ja, ich höre ein UFO. Ich sehe es aber nicht. Hallo, du UFO. Wo bist du? Ich sehe es nicht. Wie ist aktuell unsere Beziehung? Oh, die sind ja schon nah dran. Noch mal einen fetten Handel mit denen abschließen, dann lieben die uns. Da ist es doch mal. So, jetzt bloß nicht bei mir auf dem Turf abstürzen. Auch da hinten. Sehr gut. Alle auf einem Haufen. Hier, Ingenieure. Haben wir da noch ein paar cleverer. Clever und fleißig. 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 Ähm. Diesmal können wir eine Feier machen. Wir haben genug Punkte. Produktion. Produktion. Das nicht. Das nicht. Lager. Eisenmine. Eisenmine bauen wir mal. hier eine Wo waren die Steinraffinerie? Da. Wobei an zwei verschiedenen Seiten wäre vielleicht eine Eisenmine günstig. Da müssen wir mal diese eine Hütte wegreißen. Tut mir leid. Tut mir leid. Schule ist fertig. Jawohl. Und dann nehmen wir einen Lehrer. Am besten einer, der an mich glaubt. Hm. Okay, die Lehrer sind irgendwie nicht ganz so gläubig. Na gut, komm. Der ist immun. Der wird nie krank. So, wir beenden erstmal diese Folge wieder. Tschüss. Ciao. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.